Wir sind hier in der Ragazza-Beratungsstelle, Kontakt- und Anlaufstelle mit integriertem Konsumraum für Drogenabhängige und oder der Sexarbeit nachgehende Frauen hier aus St. Georg. Und Ragazza gibt es seit 1991 an unterschiedlichen Orten. Das ist ein bisschen umgezogen. Jetzt sind wir seit einigen Jahren hier in der Brennerstraße und wir sind ein Projekt der niedrigschwelligen Drogenhilfe. Zum einen. Und das heißt, wir bieten den Frauen, die hier auf St. Georg ihren Lebensmittelpunkt haben, zum einen, weil sie Drogen gebrauchen oder eben der Sexarbeit nachgehen, die Möglichkeit, sich zurückzuziehen von ihrem Leben auf der Straße, der es einfach sehr, das muss man sich vorstellen, sehr stressig, sehr anstrengend, sehr kräfteraubend ist. Und sie haben hier die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Und wir bieten sogenannte Überlebenshilfe. Das heißt, zum einen bieten wir Möglichkeiten der Grundversorgung, Grundversorgung wie Essen, Duschen, Schlafen während der Öffnungszeiten und sonntags auch eine Übernachtung. Wir bieten eine medizinische Grundversorgung und den Drogenkonsumraum, in dem eben unter Safer-Use-Bedingungen Drogen konsumiert werden können, um Schäden so gering wie möglich zu halten und im Zweifel eben auch Überlebenshilfe leisten zu können, sollte es zu einer Überdosierung kommen. Und wir sind offen oder uns besuchen Frauen, die eben ihren Lebensmittelpunkt hier in St. Georg haben, aus unterschiedlichen Ländern. Es sind einige Migrantinnen dabei. Und wir sind auch offen für Transfrauen, Menschen, die sich weiblich definieren. Wir dürfen uns auch nutzen unter gewissen Voraussetzungen, weil wir eben diesen Schutzraum bieten für Frauen hier. Das ist ganz explizit. Wir gewährleisten, wir arbeiten anonym und akzeptierend und niedrigschwellig. Wir gewährleisten hier einen Schutzraum für Frauen, die sich zurückziehen können, weil sie eben auch gerade Frauen stark sexualisierter Gewalt auch ausgesetzt sind in der offenen Drogenszene. Und hier muss eben ein Ort sein, an dem sie sich sicher fühlen können. Was gibt es noch zu sagen? Wir haben, also St. Thier in St. Georg ist ein alter, traditioneller Ort, an dem schon viele Jahre Sexarbeit stattfindet. Und der Raum ist offen für drogengebrauchende Frauen. Aber wir machen ja auch Straßensozialarbeit. Also wir gehen regelmäßig vor den Abendöffnungszeiten. Die sind Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Und auch gehen wir auf die Straße, machen Straßensozialarbeit, versorgen die Frauen, die hier in St. Georg arbeiten. Und damit dann auch alle, weil es sind nicht nur drogengebrauchende Frauen hier. Es arbeiten auch viele Frauen aus anderen, viele Frauen hier in der Sexarbeit auf der Straße in St. Georg, die nicht drogengebrauchend sind. Und wir versorgen mit Getränken, mit Informationsmaterial, mit Kondomen, ganz wichtig, mit Kurzberatung, wir können vermitteln. Genau. Und dienstags abends haben wir auch noch eine längere Straßensozialarbeit von 17 bis 22 Uhr, in denen wir eben dann auch zu den Frauen an ihren Arbeitsort quasi gehen und sie da versorgen. Und Ragazza hat noch ein weiteres Projekt, ein mobiles Beratungsprojekt, Ragazza Kontakt. Die gehen auch in die Bordelle aufsuchen und arbeiten in ganz Hamburg. Ich glaube nicht, wenn, was heißt funktionieren, wenn es, muss, wird dann was schon irgendwie funktionieren, wenn es eingeführt werden würde. Ich fände es unglaublich schrecklich, wenn es käme, wirklich. Weil ich denke, ich fände es auf mehreren Ebenen ganz schrecklich. Also ich fände es zum einen, also für die Frauen, die in der Sexarbeit arbeiten, sowieso. Weil das Ding, weil ich mich da frage, es wird Sexarbeit weitergeben? Und dann müssen sie noch unter noch prekäreren, gefährlicheren Bedingungen arbeiten. Auch wenn die Frauen eventuell nicht verfolgt werden, wie das ja in Schweden ist, sondern die Kunden. Aber es trifft sie dann ja trotzdem. Und sie werden wahrscheinlich noch stärker irgendwie, oder sie würden stärker illegalisiert, schwerer erreichbar. Es wäre einfach prekärer. Ich fände es für eine Stadt wie Hamburg auch wahnsinnig doppelmoralisch. Hamburg, das nach außen total damit wirbt, mit diesem Charakter von, wir haben die Reeperbahn, es gibt hier viel Sexarbeit, sexuelle Dienstleistung überall. Das ist der Charme, damit wird geworben. Und wenn es dann verboten werden würde, auf der anderen Seite, wenn ich mich frage, wie kann das irgendwie zusammengehen? Ja, und als Frau und Feministin fände ich es auch schwierig, oder habe ich damit auch ein Problem, wenn das Sexkaufverbot käme. Weil ich finde, dass es Frauen entmündigt. Und ich weiß, dass Sexarbeit auch unter sehr selbstbestimmten, guten Bedingungen stattfinden kann. Und auch die Situation der Frauen hier auf St. Georg, auch da, die nicht so leicht zu beurteilen ist, als das sind alles Frauen, die dazu gezwungen sind, in Notlagen sind. Auch da, ich erlebe hier wahnsinnig viele Frauen, die sehr wohl wissen, was sie tun. Und für die, die mit ihrem Job auch völlig einverstanden sind, nur mit den Bedingungen, unter denen es stattfindet, mit denen nicht einverstanden sind. Und das ist ja auch logisch. Aber da bräuchte es einfach viel mehr Rechte für Sexarbeiterinnen, viel mehr Rechte für Migrantinnen. Da müsste mehr passieren. Und viel mehr Unterstützungsmöglichkeiten. Und das ist nicht mit einem Sexkaufverbot getan. Ja, ich fände es, ich hoffe sehr, dass es nicht kommt. Ich würde es nicht wollen.